Adidas Gloro FG. Die Adidas Gloro FG gibt es als Fußballschuhe aus Premium K-Ledermaterial. Das heißt, es ist im gleichen Material, das auch beim Adidas Copper Mondial zum Einsatz kommt. Und so ist der Adidas Gloro FG ein Fußballschuh aus Echtledermaterial, der sich vor allem an Spieler richtet, die auch Lederfußballschuhe suchen. Highlight zudem ist dieses Gummiband, das die Lasche im oberen Bereich fixiert, eine Anspielung auf die Predator Linie und eines der wirklich kleinen Highlights beim Gloro FG. Im unteren Bereich, das heißt erstmal im anderen seitlichen Bereich, kommen wir natürlich nochmal auf dieses Drei-Streifen-Muster zum Einsatz. Drei Streifen, ganz klar, klassischer Schuh, klassisches Adidas Muster. Die drei Streifen dürfen nicht fehlen. Jetzt kommen wir zum unteren Bereich und im unteren Bereich sehen wir eine Sohle, die wir aus dem Adipure kennen. Das heißt, es kommt eine Sohle zum Einsatz, die Control Frame genannt wird. Eine kleinere, runde Nockensohle mit leicht konischem Ansatz nur. Die Nocken kommen leicht in den Boden rein und bieten damit einen sehr, sehr hohen Laufkomfort. Gloro FG gibt es neben Weiß auch in anderen Farben, das heißt in schwarzen Farben, jedoch nur in einer weißen Farbstellung. Und meine Frage ganz klar an euch, wie findet ihr die Gloro FG? Sagt ihr, geile Fußballschuhe, geiles Design, endlich wieder Premium K-Ledermaterial? Oder sagt ihr, es ist mir doch etwas zu wenig, ich setze da lieber auf einen Predator oder einen F50? Lasst es mich über die Kommentare wissen! Das ist mir doch etwas zu wenig, ich setze da lieber auf einen Predator oder einen F50? Das ist mir doch etwas zu wenig, ich setze da lieber auf einen Predator oder einen F50? Jeder some. Aber Maintenant wird darauf便hen. W besten schon, ihr wolltaju��sehchen, Ich bekommiere einen Edelbaum NAS,